herzlich willkommen bei anno 1800s geht weiter wir sagen hier ein bisschen was von weiter ich will demnächst auch die schlittenhunde weit machen jetzt wird nicht dass das die nächste herausforderung für mich ohne von der kaffee kaffee mal gucken aber ich glaube luftschiffe sind relativ mobil ich habe auch nur gas gas kann ich nur herstellen und ich habe ja kein kann ja nicht gar nicht herstellen weil mir was fehlt es ist nämlich wir machen weiter die auftrag was wir machen sollen die nebenquessor soll die mini story hier machen wir mal weiter sie haben die boote zurückgelassen suchen sie sie mit ihrem vogel weiter mir gefällt es nicht in den wolken da die spuren führen von den boten weg erwarten lassen sie hoch legen so mal gucken wie es weitergeht steuere so schön propeller drehen sich manövriere ok kurs gesetzt luftschiff kurs gesetzt ich hab das aber ne kurs gesetzt ne 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 Das habe ich immer. Aber das ist... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Alle haben starke Halsschmerzen. Der Älteste ist in die Berge gegangen, um Cranberries zu sammeln, doch er ist nicht zurückgekehrt. Um zu wissen, wohin man geht, muss man wissen, woher man kommt. Okay. Höhe stabil. Ja, ich habe den Lager gefunden. Äh? Flugroute ist eingezeichnet. Da bin ich Schrott. Steuere. Flugroute ist eingezeichnet. Ja, ich habe den Lager gefunden, aber irgendwie passiert nichts. Erwarte neuen Kurs. Hä? Bin ich hier jetzt irgendwie völlig durch? Wir warten auf dich. Ja, ich habe da so etwas gefunden. Nicht allzu viele Änderungen. Erwische ich Sie bei besonders gut. Hä? Ich verstehe es nicht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Nach身en. Ja, haben ich hier Arm geh 17. Ich nicht langfunden. Ich.. hmm im schwebezustand da muss ich mit dem schiff hier hin wie bin ich gerade jetzt verwirrt ich soll ja den spuren folgen habe ich hier gemacht aber irgendwie bis jetzt hier gar nichts mehr es ist ein luftschiff schneller als der frachter ja das ist schon gruselig dann einhalten erwarte neuen kurs jetzt steuere ok ich habe das meine mission weil ich so leicht verwirrt gewesen kurs gesetzt diese spur führt in eine neue richtung die menschen lassen sie hoch ok interessant sicher sie müssen ok auf kurs fußabdrücke warum hat der älteste seinen schlitten zurückgelassen manövriere oh steuere er ging zu dieser höhle um zu sterben nachdem sie ihn mit steinen bedeckt haben sammeln sie die cranberries flugrote ist eingezeichnet ihre stadt ist attraktiver geworden ja arme kirchen also ich kann sagen was willst du ja der luftschiff ist extrem schnell ich glaube da habe ich die nächste spur gefunden und die nächste hütte und die nächste spur ok das ist schon sehr interessant bringst du neuigkeiten dank der cranberries wird es uns bald besser gehen würden sie uns helfen ein feuer für den ältesten zu erzünden kurs teilst du mit uns unsere gemeinschaft wird das opfer des ältesten nicht vergessen so wenig wie ihres das hast du gut gemacht und du riechst auch gut ich rieche nicht so gut so das ding kann ich mal hier das restige teil kann ich gleich mal hier und auf die sehen sie gleich rüber transferieren mal gucken ich glaube die 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 auch gleich nebenbei mache aber ich habe ja meinen frachter der nächsten slot frei nächste gute sind askys und einen auslager auch ihren befehl wenn sie weg so jetzt passt es auf kurs so also hier weitermachen so aber irgendwie kann ich auch die wohnen ja kaffee aber kaffee glaube ich mal mit dem luftschiff irgendwie ist der luftschiff viel schneller das da rein so ich habe es immer einmal einmal aufgewertet im irgendwie so schon nicht 100 20 mal gucken ich möchte wissen wie das wieder aussieht das sind süße kliniken also der luftschiff bereich ist auch nicht groß viel nur vier plätze ist es stand oder tenef was du luftschiffe wirklichkeit oder es kostet minus 25 prozent das ist ja cool ich mag dass die inuit alle teile des tieres verwenden ach das ist das ist die schrottrohstoff was was man hier ist heizung dafür braucht man das zeug stehe das schrott kann ich kann ich einladen aber ist auch so ein bisschen verändert das ist maximum naja ich hätte eigentlich bist du was mehr erwartet von das gebäude sieht schon interessant aus aber ich hätte eigentlich was mehr erwartet also ich hätte wenigstens alle richtig mit hangern co aber also da ist das das hätten sie etwas schöner machen können da sind wir wissen so langweilig aus ist deswegen so dass wein das wein unterhaltskosten krieg ich nur okay aber wie gesagt dass die idee griffchen weil ich nachher mal gucken weil ich glaube hier muss ich echt eine wohnsiedlung hin klatschen wer rastet so da wünsche ich euch mal sagen diesmal ist es relativ kurz so wir sagen wir sagen die mission die aufgabe mache ich gleich noch den text lese ich später gleich durch und wir sagen wenn es euch gefallen lasst daumen hoch und dann wünsche ich euch noch schönen tagen noch schöner abnacht bis das nächste mal und hau drühe boi